Liebe Freunde und Gönner von Denkgänger und Besucher unseres heutigen Events. Trink erstmal auf mich und auf eine gelungene Veranstaltung und einen Schluck. Ich möchte mich an dieser Stelle und jetzt nach Feierabend bei Ihnen allen bedanken, die hier waren und rechtlich gesponsert und gesponsert haben. Und ich bin stolz hier vor dieser Wahl auf Feierabend zu stehen und durchzusehen, wer und wie viele Leute hier heute waren und uns beheert haben und auch fleißig gespendet. Ich bedanke mich im Namen meines Teams, im Namen der Familie Müller und alle, die auch weiterhin noch gespendet für das, dass ich heute da war. Ich wünsche Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und auch schon sehr gut heim. Alles Heutere, was wir hier auf dem Laufen halten. Vielen Dank, Ihr Ralf Denkgänger. Prost! Sie bleiben standen, gell? Prost! 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 Bis zum nächsten Mal.